Der erste große Berg stellt vermutlich für jeden von euch da draußen eine Herausforderung dar, aber ihr könnt diese definitiv meistern. Wir beide geben euch heute ein paar Tipps mit auf den Weg, wie wirklich jeder jeden Berg schaffen kann. Um euren ersten großen Berg auch wirklich gut meistern zu können, fängt das Ganze schon mit der richtigen Vorbereitung an. Und da ist es extrem wichtig, dass ihr ausgeruht in den Tag startet. Also ihr solltet gut geschlafen haben und auch in den Tagen vorher nicht zu hart trainiert haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr für diesen Tag X, wo ihr euch den Berg vorgenommen habt, im Vorfeld euren Körper mit ausreichend Kohlenhydrate richtig aufgefüllt habt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr an dem besagten Tag rein spachtelt wie die Weltmeister morgen davor, sondern dass ihr wirklich die kompletten Tage davor immer wieder konstant gute Kohlenhydrate eurem Körper zugeführt habt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr euch von Anfang an darauf einstellt, dass euer erster Berg eine ganze Weile dauern wird. Ideal ist es, wenn ihr im Vorfeld schaut in Apps wie Komoot zum Beispiel, wie lange der Berg ist und euch dann hochrechnet, wie lange ihr dafür braucht. Also eine Faustregel ist ein Kilometer bergauf, dauert vier bis sechs Minuten. Das kann man sich ja dann ausrechnen. Hier der Feldberg würde dann circa eine Stunde dauern. Und der Morvan 2 zum Beispiel, das würde dann eher schon Richtung zwei Stunden gehen. Und ansonsten gibt es auch noch eins zu sagen. Wenn ihr den Berg hoch fahrt, ist es wichtig, dass ihr euch während dem Berg auch mit ausreichend Flüssigkeit versorgt und gegebenenfalls mit etwas Zuckerhaltigen, zum Beispiel einem Energy Drink oder einem Gel. Wenn ihr wirklich mal in einem absoluten Tief seid, dann könnt ihr auch zu jeder Zeit mal anhalten, könnt euch zehn bis 15 Minuten hinsetzen. Das ist absolut keine Schande. Und könnt euch sozusagen resetten. Dann geht es weiter, denn am Ende des Tages ist es einfach nur wichtig, dass ihr oben ankommt, egal wie und egal in welcher Zeit. Genau, das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich dass ihr unten rein nicht überzieht, sondern versucht von unten bis oben ein konstant gleichmäßiges Tempo zu fahren. Absolut. Ich würde da einfach sagen, wenn die Beine wehtun, dann lieber direkt ein bisschen nachlassen. So wie ich es auch immer mache. Genau. Kommen wir jetzt noch zu einem weiteren wichtigen Punkt und das ist das Thema der Übersetzung. Hier ist es für euch auf jeden Fall wichtig, dass ihr diese vorher überprüft. Heißt zum Beispiel, wenn ihr hinten nur im größten Ritzel 23 Zähne habt, dann solltet ihr euch Gedanken machen, gegebenenfalls eine größere Kassette zu montieren, die dann vielleicht 28 oder 30 Zähne hat. Das gleiche gilt vorne für das große und kleine Kettenblatt. Hier bietet sich auch eine sogenannte Kompaktkurbel an, mit der ihr mit Sicherheit einen Berg gut meistern könnt. Genau. Bevor es losgeht, zählt einfach hier das größte Ritzel ab, also das, was am nächsten bei den Speichen dran ist. Und wie Björn schon gesagt hat, wenn das gerade mal 23 oder 25 hat, dann könntet ihr drüber nachdenken, euch noch ein anderes zuzulegen, denn sonst braucht ihr einfach sehr viel Kraft für euren ersten Berg und das wird ja so schon eine Herausforderung. Denkt auch daran, dass es pro 100 Höhenmeter ein Grad kühler wird, was ja bei so langen Bergen dann schon eine ganze Menge sein kann. Also ich glaube, Monumentus sind 1500 Höhenmeter, wenn es unten 20 Grad hat, hat es oben nur noch 5. Nehmt euch deswegen immer eine Jacke oder ein Gabber mit. Auf jeden Fall, denn ihr wollt ja nicht oben am Gipfel frieren und dann auch für die bevorstehende Abfahrt. Unvorbereitet sein. Wir sind ja vorbereitet. Wir sind vorbereitet, ich habe es schon an. Wir sind auch gleich oben. Oh, wie sieht es bei euch aus? Welchen Berg wolltet ihr schon immer mal erklimmen, habt es aber bisher noch nicht gemacht? Schreibt es uns bitte gerne in die Kommentare. Wie ihr seht, es ist alles kein Problem und ich bin davon überzeugt, dass ihr das auf jeden Fall packen werdet. Dann gibt es jetzt nur eins zu sagen. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen und für weitere coole Bergvideos abonniert jetzt unseren Channel. Tschüss, Jan auf Deutsch. Richtig.